So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich Explosionsschaden an Gegnern oder gegnerischen Gebäuden machen. Klar, jetzt gibt es zwei Varianten. Ihr könnt natürlich euch erstmal mit Granaten eindecken, ist eine gute Möglichkeit, um Gottes Willen. Ihr seht, ich habe die Aufgabe noch gar nicht angefangen, ich werde es aber definitiv mit Booten machen. Boote, wissen wir alle, sind ultra nervig, sie müssen wirklich zerstört sein, selbst wenn sie leer sind, funktionieren sie halt immer noch. Deshalb hole ich mir jetzt gerade hier schnell ein Boot von außerhalb, fahre mit dem Boot dann in die Zone rein und versuche so halt eben meinen Schaden zu machen am Gegner oder halt am gegnerischen Gebäude. Ich gebe euch heute wirklich den Tipp, geht hin und probiert es an den Gebäuden. Probiert erst gar nicht unbedingt die Gegner zu treffen, weil das wird fast unmöglich sein oder aber, noch eine Variante ist, holt euch halt die RPGs aus den, sag schon, aus den Vorräten raus. So werde ich das Ganze halt machen. Ich weiß gar nicht, zählt eigentlich ein Lama auch als Gegner? Wir werden es einfach mal ausprobieren, ob das Ganze zählt. So, dann haben wir übrigens an dem schon mal 70 Schaden gemacht, jetzt muss ich mich natürlich beeilen und zählt das? Ihr seht, selbst am Lama der Schaden zählt, also werden wahrscheinlich auch wieder die Tiere zählen. Wenn ich jetzt hier gerade noch, oder warte mal, den können wir eigentlich auch noch, den Buschranger? Na, das Problem ist, die Zone kommt. Ich muss das Boot natürlich definitiv, da haben wir nochmal 35 gemacht. Ich darf mal gucken. Na, einmal jetzt muss ich aber weg hier. Weg, weg, weg. Nicht, dass er mich tötet. Ich will halt auf jeden Fall das Boot in die Zone kriegen. Gucken, ob meine Teammates da auch ein bisschen was auf die Reihe bekommen. Hallo, Bot. Eieie, der Bot wollte es aber jetzt wirklich schüssen. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen Geduld haben, dass der Gegner quasi irgendwas gebaut hat und dass wir halt auch nicht gesehen werden. Aber, vielleicht haben wir Glück und das hat ein Gegner gebaut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal Jackpot. Ich weiß nicht, was er da macht, aber er will auf jeden Fall hoch hinaus. So, vielleicht haben wir Glück und das zählt schon. Ich hoffe, es ist halt ein Gegner. Weil wenn es kein Gegner ist, zählt das Ganze nicht. Also, wir müssen mal ein bisschen tiefer. Oh, jetzt muss ich mal kaputt gehen. Wollt ihr mich streuen? Ich würde auf jeden Fall jetzt daran. Weil das könnte schon unsere Aufgabe sein, quasi. So, das müsste jetzt eigentlich streichen. Ah, und 70. Aber wir holen trotzdem. Ja, zum Beispiel 210. Erkommt, das wird es ja wohl gewesen sein, oder? Ja, jetzt weiß ich, es kann aber auch sein, dass natürlich ein Gegner vom Team-Mate war. Ja, wir sind aber jetzt bei 210. Ey, das muss ja mehr schaden. 490. Und zack, Aufgabe geschafft. Ganz easy, ihr habt es gesehen. Gruppenaufgabe. Und ich hatte natürlich jetzt das Glück, dass der so hoch gebaut hat. Also, ganz einfach zu schaffen. Ich denke mal, ihr werdet das Ganze auch schaffen. Lasst gerne einen Like da. Ja, guten Morgen. Sniper-Headshot. Und in dem Sinne würde ich sagen, vergesst nicht, ein Like da zu lassen und gerne kommentieren. Und wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne, haut rein und viel Spaß noch beim Leveln. In dem Sinne, ciao, ciao. Und in dem Sinne, und in dem Sinne, ich schadze das langsam selber. Also, haut rein.